Mama! Mama! Oh, da bist du ja! Ist das ihrs? Ich habe ein Rezept dafür. Ist deine Mutter immer noch nicht da? Sie nimmt von ihrer Medizin. Dadurch produziert der Körper neues gesundes Blut. Aber in Amerika gibt es einen Arzt, der kann sie wieder gesund machen. Was ist los? Ladies and Gentlemen. As you can see, we have control of the plane. We want this operation of ours to go up without a hitch. If not... Elias! Use your imaginations. Ich bin Saron. Ich bin Saron. Wack! Was der... Sphärisch! Sphärisch! Hast du blut getrunken? Es ist der einzige Weg, sie zu stoppen. Oder sie werden alle in Bord. Wir schaffen das Versprache. Kör! Betonning. Sie wollen von der Sonne entfernen. Lass uns den Sonnen geben. Das ist das in mir. Das ist das in mir.